hi leute was geht mir mal heute wieder ein neues brot das video ja seid gespannt das schauen wir mal wir mal heute wieder drei runde wie immer ja ich bin gerade mit das lasse ja dann legen wir mal los oh mein gott ist jubi ich bin sie immer op weil die ja das meinte ich leute die tut in stadt ich habe jetzt ich habe wochen ist es unscharf leute tschuldigung ich habe vorhin leute ein ding ein video hochgeladen mit leute ist nichts geworden da war die zwar zu hell jetzt habe ich dunkler gestellte leute dunkler jetzt ist es doch perfekt leute warte muss kurz warten bis es scharf ist so jetzt das ist gut leute vielleicht soll ich mich lieber ausspielen ja leute jetzt kann ich dinge so ist es doch perfekt oder wie findet ihr also ja kathos las hat uns verlassen war hat spaß mit ihr gemacht zu spielen wer ist online also leute schau mal zu ich schau mal ob warte wenn wir jetzt zuschauen da ist kein einer also leute mir schau mal zu ich habe wir schauen mal zu wie so ein spieler spielt vielleicht kann ich mir was abschauen leute hoffe ich mache es euch auch spaß mir macht spaß einfach nur rumzusitzen nichts machen ja leute verlassen einladen so leute leute er ist da er eignis ausmacht so ok kopf fällt hier ach so leute wir spielen das da ok äh ja leute wir bleiben ihnen ich bin cool gut ich bin schon cool gut so diese runde und dann noch eine runde und das habe ich heute schon mal gespielt leute ich habe verloren sogar mittels lasse wieder von ihnen hatte ich auch brot so so aber mehrfach heute leute nix datenschutz leute datenschutz ich halte mich dran also wie andere sich sieht man mich nein gut leute reißen wir uns zusammen ist für euch oh mein gott ok ob 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 steht da pizza dr pizza steht da leute da steht echt dr pizza leute da steht echt dr pizza glückwunsch ich sind in meinem video dr pizza dr pizza wer nennt sich dr pizza echt da steht echt dr pizza leute dr pizza so du lass es auch am start ja ich bin jetzt nicht der beste ich lerne noch leute ich lerne noch ich spiele erst ein ja also ja lange noch nicht muss echt zugeben lange echt noch nicht ich hab ja auf mein handy und auf mein tablet ähm wordstar spiele ich auf mein handy glaube ich habe ich mehr aber leider kann ich auf mein handy euch nicht zeigen weil nehm auf Leute wollen nur sicher gehen ob ich aufnehme wenn ich jetzt nicht aufnehme dann passt ich jetzt durch Leute jetzt aber das ist ein fehler jetzt habe ich selbst gebastelt die halterung ok oh niederlage hihi zum glück kann man da keine dinger ähm pokale verlieren leute nick mit dem wollte ich vor einem video machen jetzt da glückwunsch ihr beide hinter Mann hi 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 was schreiber mir mir machen hi 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 ey nick ich bin bereit Leute, das ist jetzt nicht das Stabspielste. Ich bin auch ein Anfänger und die Anfänger sollten nicht sein Geld damit ausgeben. Das habe ich selbst gebastelt. Aus zwei Wochen ist ein Bier, Kuh und Handy reinklemelt. Dann Gummi. Da oben einfach ich kurieren. Gummi und dann habe ich noch, was haben wir noch dazu getan? Ah ja, und dann noch zwei Holzklötze, das es stabiler ist, Leute. So habe ich ein ganz billiges Modell. So nehmen wir alle meine Videos, halbwegs alle meine Videos aus. Außer da mit dem Jango Gassi gegangen ist. Und mein Kanal heißt auch Jango. Ich bin auf dem Kanal Jango mit dem Jango Gassi gegangen. Das ist ja mal was. Leute, das ist ja mal was. Oh, Leute, ja. Ihr müsst reden? Okay, müsst ihr nicht, ihr müsst gar nichts. Aber ich will halt, ich will halt reden. Oh, Mann, ey. Oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt ist es schon wieder unscharf, Leute. Entschuldigung, dass es immer unscharf ist, Leute. Ich habe nicht so ein gutes Handy. Also, wenn es gut wird, dann wird es immer besser. Aber am Anfang, ja. Aber am Anfang, ja. Immer was schlecht gefällt, halt. Immer. Ist halt immer so. Jetzt gibt es Stress. Jetzt aber jetzt muss man da lang gehen. Oh, die haben ja 20 mehr wie wir. Das ist ja mal eine Sache. Das ist ja mal Sache, ey, die. Bin jetzt auch nicht so ein Fan, ja. Bin halt im Kopf echt schlecht, Leute. Ich spiele halt am meisten, ja. Ähm. Dings. Wie heißt es? Äh. Jetzt muss ich jetzt mal nachschauen. Schauen da und da bin ich gut. So, eine Runde noch. Oder wie lange nehmen wir schon auf? Warte. Oh, 8 Minuten. Okay. Eine Runde noch. Auslandsweiße, Leute. Eine Runde noch. Eine Runde noch. Ich schau mal, ob ich heute noch. Ja. Ja. Ja, also. Nichts, lass ich. Ist die da halt? Gut, das will ich gern wissen. Dings. Den Ding da hab ich ja auch. Junge, da hinten. Warum da hinten, bitteschön? Warum wie behindert? Nein. Nein, Leute. Das hab ich schon mal bei den YouTubers sehen. Ich. Ja, Leute. Da ladet man seine Superkraft aus. Oder wie nennt man das? Das bringt mir echt was da hinten. Das bringt mir echt was. Oh, 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 oh. Easy. Bin ich jetzt der Beste oder was im Spiel hier, Leute? Nein, ich glaub nicht. Ey. Leute. Oder was? Nein. Alle gehen auf mich. Alle gehen auf mich. Wieder hin. Wieder hin. Wieder hin. Hilfe, 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 Hilfe. Bist du ein bisschen? Ah, okay. Zack, nix. Nein, 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 nein. Die unsichtbaren Fallen. Tschüss. Danke, Nick. Du sie ausgelöst hast. Ich schock. Oh, Leute. Nach diesem Video müssen wir leider aufhören, okay? Weil meine Schlafzeit ja dann. Ja. Ja, dann kann ich heute keine Schule mehr machen, Leute. Na, schon längst fertig. Ich mach immer natürlich meine Hausaufgabe, vor ich die Videos mach. Ja, manchmal. Aber auch nur manchmal. Aber auch nur manchmal, Leute. Aber auch nur manchmal. Ja, manchmal. So, ich muss schießen, Leute. Ja. Ich bin faul. Leute. So, Niederlagen. Ja, wir hatten heute ja nur Niederlagen. So, Leute, dann sag ich heute mal. Nein, Box zuerst öffnen. Ah, nein. Dann sag ich heute. Tschüss. Wir sehen uns ein anderem Mal. Bye, bye. Bye. Tschüss. Bye.